Gar nichts. Mir passt da gar nichts. Was soll passen? Die Hülle unter die Hülle. Das war das Lieblingsmusee. Mein Kopf passt auch nur so gerade eben da rein. Der fährt doch die ganze Fahrt so hoch. Der fährt doch die ganze Fahrt so hoch. Der kennt mich vom Hotschner-Kur. Ich hätte so ran gefahren. Normalerweise ist das der Hauptbestandteil der Fahrt. Der hat fünf Sekunden Anlassbau und der hat die Erfolge. Alter, das übernehme ich nicht. Wir haben noch gar nicht gefahren. Volle Pumpe. Und wieder Vollgas. Einmal nur so hin und her, ne? Ja. Die fehlende Musik macht nicht. Da ist doch welche, aber das ist halt nur Musik, die keine Musik ist. Da ist doch die Erde da unter dem Tresen. Was? Das klingt schon automatisch. Wir hängen uns hier unten drunter. Hey! 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 Heingann ist ja noch schneller. Hey! He he he! He 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 he! He he he! I can't ever! He he he! He he he! Das ist eine tolle Kunde. Das machen nicht mal die Franzosen. Geiler Typ. Wir landen. Ich krieg mir ab. Vollgas. Alter. Stoff Leute, noch nicht. Jetzt fahr doch mal ab. Drei Minuten lang Vollgas. Drei Minuten lang. Drei Minuten lang. Drei Minuten lang.